Musik So, wir wollen heute in unserer Therapiegruppe ein ganz modernes Therapiekonzept aus den USA ausprobieren. Und zwar, geliebt wie nie durch Poesie. Denn nur wer poetisch reimen kann, der packt sein Leben richtig an. Drum lasst uns heute in unserer Runde nur Reime nehmen in den Munde. Lutz, Lutz, was hast du denn auf dem Herzen? Ich steh'n hier gar nicht. Nein? Schönes Arschloch. Lecken. Das Arschloch, nicht die Poesie. 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 Vielen Dank.